Hallöchen Puppöchen und willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Ich mache heute mal ARSM. Das ist nämlich gerade die heißeste Scheiße im Internet. Also hören Sie nur auf meine Stimme. Lehnen Sie sich zurück. Schließen Sie die Augen. Und entspannen Sie sich. Denn es zählt nur der Moment. Heilige Scheiße. Hallo, hier ist der Anschluss von Eugen Phantasios. Hallo, Dr. Sack, hier ist der Ruche. Ich habe meine Zahnarbe gebrucht. Äh, Jochen? Äh.